willkommen in evora portugal so jetzt sind wir oben beim tempel angekommen wir sehen also noch mehr davon hinter mir seht ihr den tempel beziehungsweise über mir und vor mir gibt es noch ganz viele andere interessante sachen die sehen wir uns jetzt auch gleich an bis dann ciao so sah der tempel aus und so sieht er jetzt aus so und jetzt geht es weiter wir gehen ein bisschen durch die stadt und dann seht ihr gleich noch mehr von diesem tempel und vom rest der stadt so 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 Musik Musik Musik